Hallo meine Lieben, da sind wir wieder und wir sind immer noch in der Höhle. Wir haben immer noch keinen Spawner gefunden, ja leider, oder ja, Speedy hat gemeint hier wäre irgendwo einer, aber eh nicht töten hier mit deinem riesen Schwert, ey ich bin geschlaven worden, von Enly, aus Versehen, Schlechte Idee, weil draußen ist alles rot, vor unserer Tür. Seh nix. Also auf die minimap ziehen sich jede menge rotepunkte. Oh, Creeper. Ja, das ist Creeper. Ähm. So. Wo? Wo lang? Also irgendwie höre ich Zombies, aber ich sehe keine. Da unten stehen jede Menge. Ja. Kommt ran. Vorsicht, immer zur Sicht. Ja. Ja. Ja, die hängen alle gerade unten drin fest. Ja. Langsam schlagen. So schmachschnittevolle Hits. Irgendwie ist das nicht mein, äh, mein Bogen, mein Bogen ist doch viel stärker. Wo ist denn der? Ja. Ich hab keine... Deiner nicht. Auch nicht. Ich hab nur voll die Splitten. Ja, das ist er. Ich hab nur so ganz stinknormaler, wo ich irgendwo ihn gesammelt hab. Mhm. Hier waren wir doch schon, oder nicht? Ja. Ja. Und da ist das grünisch Redstone da. Ja, da waren wir... Hier waren wir überall schon. Irgendwo hat's Kaboom gemacht. Äh... 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 Ähm... Keine Ahnung. Wo... Geht's lang? Moment. Ähm... Irgendwie hör ich die ganze Zeit Zombies, aber... Wo ist denn eigentlich unser Tunnel, wo man herkommt sind? Äh... Keine Ahnung. Aber hängt der Zombie fest? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr, weil... Es ist schon so... Jetzt bald eine Woche her, wie wir aufgenommen haben. Ähm... Ach... Tach... Die Lady... Jawohl... Alter... Oh, ich hab' ihn gefunden. Den Tunnel, wo bist du denn hin? Äh... Warte... So... Warte... Ähm... Komm mal zu, wo schon jetzt war... Ähm... Ja, ich such' grad'n Ausgang. Wohl... Alter... Alter... Wer... Ja, ich hab' sie überhalten. Boah... Hahaha... Wo seid ihr? Ich weiß nicht, wo die ist. Keine Ahnung. Ja, dahin ist sie nicht ein Armer. Das bist du. Du musst weg. Ja, Dolin, Ersatztele. Das war ich. Den hab' ich gerade... ... ... ... ... ... ... Aus der Treppe? Ähm... Ja, ich hab' ne Treppe gemacht. Letztes Mal. Auf der Kart sieht man sie. Wir müssen mal gucken und gucken, in die Richtung irgendwie kommen. Da geht's halt weiter, okay? Das ist die falsche Richtung. Okay. Laut Minimap. Wäre es eigentlich in dieser Richtung. Sie hat nirgends irgendwo ihr Name. Doch, die Hünne. Ist ihnen ihr Name. Ah. Ah. ... ... ... ... ... ... ... Jetzt weiß ich wo. ... 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 Hast du Zuckungen? Ich? Ich? Nein. Kommst du da drauf? Ja, es sah so aus. Als hättest du irgendwie... ... ... ... ... ... ... ... ... Das war's. ich höre doch irgendwas hier kommt doch überall was 29 28 gefunden und sind ziegelsteine ne Bruchstein aber bemoost ist ja Vorsicht Zombies Geh mal weg da Aua Aua weg Aua Toll ich hänge fest Das Spawner hängt unter dem Kies Toll hoffentlich ist er jetzt kaputt So ist er Alter Essen Bau ab So ich habe einen Broken Spawner Ja Genau das brauchen wir einen Broken Spawner Ja Machen einer So Dein Rucksack ist voll Mit Essen und 30 Gramm So Ich habe die und verschwunden sind das war bestimmt doch doch das hat bestimmt bei dir geknallt sein hier hingerannt ja wenn ich dich jetzt beschießen dann bist du tot seid ihr ja toll wenn die wird er liegt irgendwo sache rum ja immer den sachen hinterher was denn wo bist du denn auch Ach, guten Tag. Ach. Ich wusste, was das ist. 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 Ja. Geht schon, jemand. Ist es jetzt weg? Ja. Da ist wirklich der direkt Barren raus. Ja, weil die Verzauberung drauf hat. Ah. Äh, warte. Ich hab Glück drauf. Achso. Gibt's ein bisschen mehr. Ja, ist was. Ja, da gibt's ein paar mehr Shards. Da waren wir doch eben schon immer. Das Grüne brauchen wir nicht, das haben wir nicht in Masse. Okay, also wir haben jetzt einen, einen, einen Spawner. Einen, ja. Oh, was der da. Wer freut sich überhaupt da, der ist? Mehr ist hier nicht, in der Gegend. Da müssen wir wahrscheinlich weiter weg, irgendwo in der Höhle nennen. Wo gehst du denn eigentlich wieder raus? Keine Ahnung. Einfach irgendwie... Hä, wieso kann ich denn da keinen... Ja, hi. Ja, alles gut. Oh. 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 Okay, bei wem auch immer das gerade war. Stimmt, Andy. Erfahrungsbestehende mich mit. Ja. Hallo, Zombie. Tschüss. Ja, da war ich gerade. Oh. Da war. Gut. Langsam Richtung Heimat irgendwie, oder will ich weiter buddeln? Ähm, ja, wir müssen noch gucken, dass da noch ein paar... Ich kann aber nix mehr aufheben, ich bin komplett voll. Ich bin auch so gut wie voll. Ja, dann... Geh mal nach Hause. Wenn wir den Eingang wiederfinden... Ich will die ganze Zeit am Suche. Ich kann nicht mal mehr Redstone aufnehmen, ich bin voll bis Anschlag. Redstone habe ich gerade aufgenommen. Ach so, das kann ich teilweise noch nimmer. Warum habt ihr denn keine Sammelrucksäcke? Ich verstehe das nicht. Was für Sammelrucksäcke? Soll ich denn was machen, wenn ich so gut hier die mitmache? Irgendwo ein Skelett. Da beschießen sie sich gegenseitig, wie es aussieht. Ja. Tag. Tag. Ich höre den Ausgang nicht mehr. Jetzt sage ich, was das für eine Höhe war. Ah, toll. Oh, 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 oh. Oh, weia, oh, weia, oh, weia. Seid ihr wieder. Ich weiß nicht, ich bin irgendwo runtergefallen. Also, ich bin wieder da, wo ich, wo unser Anfangsding gewesen ist. Boah. Beim Spawner dort. Ja. Jetzt ist die Frage, wo die wo die hier ist, ne? Die ist bei mir. Wo denn? Ach, ne. Das bin ich. Also, ich bin jetzt beim, ja, ich bin jetzt beim Spawner. Tschüss. Ach, das bin ich schwach hinter dem komischen Loch. Ah, du geht's nicht weiter. Okay. Ach, Essensdinge war ja voll. Irgendwie finde ich die Wäsche nicht. Wieso bist du mir nicht gefolgt? Siehne ist, ich bin ein Ei, ein Ei, ein Ei, wollte gerade sagen, in Eier nähe, aber irgendwie doch nicht. Okay, ich gehe wieder hoch. Oh, was geht schon? Oh. Was ist denn? Oh. Creepy. Ja, durch die Richtung muss ich mal. Komm, wir rennen da Schlucht raus. Müsste eigentlich, ja. So, jetzt müssen wir nochmal irgendwie ne Opfer. Ja, irgendwie. Irgendwie ist gut. Hm. So. Frage ist, wo nach oben? Nicht irgendwo, sondern... Also, ich weiß, hier bin ich verreckt. Das bringt uns sehr viel, ey. Ja. So geht's aber nirgends raus. Ähm, also ganz einfach. Helm tauschen, ob und hause. Oh. Aber ich sehe ja dann nichts mehr. Ich bin so zugeklümmt. Oh. Ah, ich weiß, wo. Hier, sag mal. Hier. Sind wir da einfach runtergeplumpst, oder was? Wir sind da runtergeflogen, klar. Oh, ich bin grad am Platzmacher. Scheiß Mini-Zombie-Wirrer. Ich find das so lustig mit diesem Kerl, ne? Ja, ich war grad am Platz im Inventarschaft, dass ich mal Helm tauschen konnte. Weil ich hab null Platz mehr. Ich kann nicht nur den Helm wechseln. Wieso gehst du denn auch ohne Sammelrucksack irgendwo hin? Ich hab sowas nicht. Ich hatte mal einer, der ist irgendwie verschwunden. Was ist ein Sammelrucksack? Ein Rucksack, wo der nur sammelt durch bei Höhletourer. Aha. Hä, hab ich keine? Ich hab noch vier Stück. Ich hab noch 45. Nö, wenn ich jetzt mein Dingens wieder anziehe, meine andere, dann brauche ich das nicht. Ja, hier haben wir ja teilweise ausgeleuchtet gehabt. Eben. So, wo lang war das jetzt nochmal? Gute Frage. Irgendwo ne Obwurz. Gute Frage, nix. Doch, sind überall Fackel. Gibt's noch, oder? Ne, da kann man davor raus, wo man herkommt. Du bist doch der mit der Höhlenkenntnis hier. Ah, das ist aber schon ne Woche her, wie wir hier rumgelaufen sind. Eigentlich müssen wir immer ne Oppe. Irgendwie. Oh, okay. Da geht's nirgends noch. Du hast immer Bruchstern. Oh. Okay, hier sack' er so. Juhu, jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen, so wie das aussieht. Das sieht's ganz gut aus hier. Oder Annett. Das ist euer Ernst. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann nicht mitreden, ich war da nicht dabei. Auch nicht mehr, wo genau, wie lang gelaufen's sind. Also, wir sind ja auch teilweise ohne Fackeln rumgelaufen. Ja. Ich warte, ich, hier, der Jump'n'Run-Spieler. Ah, das ist furcht. Also, ich hab's noch auch geschafft. So furcht, ja. Und ich bin auch total schlecht da drin, hab's auch geschafft. Ich bin kein Jump'n'Run. Ich auch nicht. Und, was liegt denn da vor mir hier? Tja, hier ist die Frage. Du gehst zwar nur ohne. Ja, aber hinten geht's wieder hoch. Ganz über das Sackers, oder? So, hier geht's sauweit. Ja, hier geht's gut. Weiterhin ist Tageslicht. Ich hab mich jetzt mal hingezogen, aber es war Loch. Wo war gut denn? Ich seh hier kein Tageslicht. Da war das Bug. So, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ihr Sackhasse. Seit hierhin. Wir sind aber ziemlich weit Opo schon. Ja, ja. Ähm, ich, ähm, ja. Vielleicht hier irgendwo. So geht's nirgends noch. Der hier ist auch in der Sackersack. Ist ja nicht hoch. Da kommen wir immer noch in die Eck. Ups. Äh, ein bisschen hoch. Oh, was ist denn da? Ah. Hm, keine Ahnung. Jetzt war er verschwunden. Ach, da war mir A, Ebe. Da war irgendwann Ende. Willst du mich verarschen? Ich bin draußen. Bist du lang? Da hast du dich durchgegraben. Nein. Da war ein Loch. Da hättest du nur richtig gucken müssen. Ah, das hat doch Ebe gesagt. Oder war irgendwo Loch? Ah, Luft, Licht und es wird dunkel. Egal. Ich bin ein Holzschüler. Ey, stay to suck. Bleib mit dir. Ey, Creeper. Dusch. Das wird hell. Ja. Das ist gut. Das verrenge ist es wenigstens. Creeper. Hinter euch. Oh. Oh. Mann. Ich hab da mal ein One-Hit, ey. Ich. Ah. Gut. Ah. Lol. Die Mama hatte Pfeil im Kopf. Oh. 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 Autsch. Oh, sorry. Oh. 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 Ich wein. Ich wein. So, die Folge ist eh schon vorbei. Wir haben es geschafft. Wir sind draußen. Und wir haben einen Spawner. Ich meine, ich brauche zwar nur einen Spawner für meinen, ähm. Oh Gott, den kann man ja irgendwann immer mal dauschen, indem man aber alles andere nicht packt. So wie ich weiß. Ja, aber nicht mit meinen Papageien-Spawner. Ah. Wenn du ihn aktivierst, kriegst du ständig raus. Da kommen immer drei, vier Stück auf ammo raus. Ja, 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 ja. So, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal und bevor ich es vergesse, heute Abend machen wir wieder Livestream. so um 18 Uhr ungefähr, also kann auch was früher, was später, ein bisschen später sein, aber so geplant um 18 Uhr. Wenn ihr Bock habt, kommt einfach vorbei. Könnt ihr mal reinschauen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.